Wir haben heute einen noch nicht abgeschickten Liebesbrief von Alexa und eine Lehrperson gefunden. Er ist nicht anzüglich, aber wir dachten, die Eltern sollten informiert werden. Ähm. Aber, äh, das ist unangebracht. So. Momentan haben wir kein Kind, also, äh, kein Kleinkind, kein Baby. Die sind alle in der Schule. Und da ist es, ich habe ja. Sie hat endlich mal wieder Zeit zum Malen. Das nutzt sie. Und um sich zu kümmern, das sollte sie annutzen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, mit ein bisschen Glück. Wir kommen heute Kinder nach Hause und dürfen älter werden. Und mit ein, noch ein bisschen mehr Glück, können unsere beiden Großen, Lea und Julia, ausziehen. Und dann haben wir Platz für die richtigen Kinder. Dann haben wir nämlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, sieben, wie es sein sollte. Ich habe ja ganz kurz mir selbst versprochen, dass ich das nicht mehr nutze, dass wir mehr wohnen können, weil es sehr schief geht. Ah, aber das ist ja weg. Kronenbraten. Was ist denn ein Kronenbraten? Hallo, kochen. Kriegen die Kinder was zu essen, wenn sie aus der Küche kommen? Ähm, geschwärtser Barsch. Fruchtpastete. Mach mal nur eine Fruchtpastete. Das ist ja auch zum Glück gar nicht teuer. Es ist 13 Uhr. Ähm, ihr klingelt. Oh, oh, oh. Dalia hat geschummelt. Soll durchfallen. Ist angedroht worden, bestimmt. Hat Dalia selbst schüttet. Bruno klingelt. Super. Ja, natürlich hat er sich mit seiner Schwester gefreundet. Ja, hallo. Oh, 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 oh. Hab ich nicht gesagt. Mia malt. Komm, jetzt ist die Großen nach Haus. Meine Großen. Nein, kommen die nicht um eins? Hab ich das geträumt? Ach, echt, die sind auch bis 15 Uhr? Wusste ich. Ich spiel zu viel Sims 2, da kommen die Großen ja schon um eins. Mia, dann hast du immer noch anderthalb kinderfreie Stunden. Genieß das. Ich würde mal tippen, in der Schule hat es gebrannt. Alle sind angespannt. Warum tragt ihr eure Arme klein? Okay, Julia hat eine 2. Schade. Alexa hat zufriedenstellend. Lea ist eine 2er-Schülerin. Lea hat eine 2. Lea hat eine 2. Marina hat eine 2. Nein, 2. Ja, Jolene. Aber Jolene hat Zwillinge. Ach, Scheibenhonig. Egal. Jolene, du darfst... Warum tragt ihr Abendkleider? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ähm... Jolene, wenn du möchtest, darfst du älter werden. Dann gehen wir zu deinen Zwillingen. Wenn die zu doof sind, um auch Einserschüler zu werden. Nicht, dass ich irgendwie übersehe. Ähm... Okay, die Meute stürmt ins Haus. Und... Ich würde... Geht mal nicht ins Bett. Ich hab... Wenn Lea und Julia schon so angezogen sind, dann können sie auch ein bisschen singen üben. Ähm... Und der Rest macht seine Hausaufgaben. Und Links erledigen. Macht mal alle Hausaufgaben. Schupp. Hausaufgaben machen. Ja, da ist man schon so lange in der Schule und dann hat man noch Hausaufgaben auf. Oh Gott, die sind so hübsch. Die sind alle so hübsch, die Kinder. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Ninja werden. Ähm... Üb schon einmal, bis auf der Linie aussieht. Finde einen Ninja, der dich ausbildet. Singfähigkeit. Oh. Wenn Sims singen üben. Kommt an denen vorbei. Tut nicht so. Zeit zum Hausaufgaben machen. Müsst ihr das nicht? Müsst ihr nicht irgendwas machen zum... Nein, ihr wolltet es. Erhalte eine Fähigkeit, um Level 3 zu erreichen. Ja. Und dann backten wir einen Kuchen und dann haben die Zwillinge halt einfach Pech gehabt. Ganz im Ernst. Kochen. Schokokuchen, Honigkuchen, aber wir haben keinen Honig. Ähm... Wir haben den Winter... Oh, es gibt einen Erdbeerkuchen. Wir haben den Winter übrigens fast geschafft. Ich glaube, wir sind Tag 5 oder so. Ja, Tag 5 vom Winter. Und wir haben es fast geschafft. Heult alle nicht rum. Und sie sind alle auch schon dabei, ihre Zusatzhausaufgaben zu erledigen. Der Fernseher läuft dabei. Ne, Mia? Gut gemacht. Verkauf das mal. Und füg. Geburtstagskerzen. Besser Spiel. Geburtstagskerzen. Wer ist fertig? Alexa. Ja, Alexa hat noch keine Zusatzaufgaben angefangen. Alexa darf noch anfangen. Alexa hat keine Zusatzaufgaben. Glück gehabt, Alexa. Deine Schwester. Auch keine Zusatzaufgaben. Glück gehabt. Mia, Bild verkaufen. Und die Wäsche. Ach, Wäsche treten. Und dann kannst du diesen Teebehälter leeren. Die singen immer noch. Oh, okidoki. Julien, da du die Einzige bist, die mit einer Einzeit nach Hause gekommen ist, darfst du älter werden. Kerzen auspusten. Kann man suchen. Nein, du machst sich was wünschen. Bist du bereit, älter zu werden? Ja. Du musst in meinen Zufallszahlen, Generator. Stopp. Okay. Und los, tritt. Ja. Und Julien, bist du mal... Oh, Julien hat die Kringelkrankheit. Julien war was für die Kringelkrankheit. Und pusten. Ja. Und älter werden. Oh, oh, oh. Julien ist älter geworden. Neun, zwölf, dreizehn. Und das haben wir eine sieben. Sechs, sieben. Und Zahl zwischen eins und zwei ist die Zwei. Die Zwei ist die Zwei. Und zwischen eins und vier ist die Zwei. Und da haben wir jetzt sechs, neun, zwölf, fünfzehn, acht, zehn, einundzwanzig, zwei undzwanzig. Zwischen zwei und zwanzig generieren die Sechzehn. Sechs, neun, sechzehn ist ein natürlicher Koch. Das ist doch... Oh, 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 oh. Julien, Julien, wie siehst du denn aus? Ähm. Oh, Julien, warum bist du denn so geschminkt? Was hat Julien denn für Outfits? Können wir den Kuchen irgendwie... Outfit ändern. Oder das ist... Wow. Wow, wow. Julien, wer ist denn nochmal dein Papa? Hm? Julien's Papa ist der Vivar. Ach, der ist mit dem Mann der Verhalten... Oh, das wusste ich gar nicht. Ups. Naja. Ja, auch egal. So. Du siehst doch witzig aus. Und da kann sich gleich anfangen, die Hausaufgaben zu haben. Gesundheit hat sich gerade erinnert. Du bist ja krank. Und ihr fangt ja gar nicht an, meine Lieben. Ihr werdet ja nicht besser. Was machst du? Schneeschaufel. Da im Ahr der Welt? Geh nach Hause. Bist du gerade eingeschlafen? Ah, so viele Sims. Alle sind gleich zur Schule. Hier ist jemand etwas spät dran. Aber Mia ist mal wieder... Ah ja, okay. Julien ist noch da, weil Julien ja Geburtstag hatte. Den Winter passt hinter uns und dann können wir endlich die Frühlingspakete fangen für unseren Garten und vielleicht auch mein zweites Stockwerk aufbauen. Ich habe momentan immer noch zu wenig Kinderbetten, aber ich schlafe mir einfach bei Mama im Bett. So, und ich hoffe, dass Julia und Lea heute älter werden können. Das wäre großartig. Okay, also Ivo ist ein Einserschüler. Drei. Marina hat eine Drei. Ähm. Lea hat eine Zwei. Alexa hat eine Drei. Lea hat eine Zwei. Und ja! Julia hat eine Eins. Dalia hat eine Eins. Bruno hat immer noch eine Zwei. Und Mia hat sie in einem Meisterwerk fertiggestellt. Oh Gott, oh Gott. 1500. Okay, hier gibt es einige angespannte Unwohl. Aber wir dürfen auch einen Kuchen backen. Ne, äh, Mia, verkauf mal bitte und dann darfst du einen Kuchen backen. Und zwar backen wir bitte, bitte, einen blauen Konfettikuchen. Okay, wir wollen es Meisterwerk verkaufen. Julien war den ganzen Tag da und hat hart gearbeitet. Euch geht es einem super gut? Das finde ich toll. Ähm, es ist Freitag. Ihr müsst also nicht sofort die Hausaufgaben machen. Und es ist gleich Zeit für ein bisschen Party. Bei Lea sorgt irgendwie was dafür, dass sie keine Hausaufgaben in Inventar bekommen. Keine Ahnung, wie was da fällt. Ich finde ihre Hausaufgaben jetzt nicht. Und um gerecht zu sein, darf sie einfach auch mit altern. Das hat sie verdient. So, Mia, du darfst Geburtstag Kerzen hinzufügen und wir decken den Tisch in Schick. Uh, Schick, 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 Schick. Gut, es ist Zeit für den ersten Zimmer älter zu werden. Für die Lea. Lea, du darfst älter werden. Kerzen auspusten. Oh, wir sind aufregend. Ihr erstes Kind wird erwachsen. Lea ist älter geworden. Okay, ähm, wartet. Moment. So, Zufallszahlen sind auf. Eins und vier sind drei. Okay. Ähm, dü 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 dü. Katzenfreundin. Okay, also Lea ist gesellig, funny und Katzenfreundin. Geht schlimmer, ne? Tau! So, dann müssen wir ganz schnell, bevor ihr irgendwer den Kuchen isst, wieder Geburtstagskerzen hinzufügen. Oh, hallo. Oh, doch Gott, ne Wuppe siehle. Ah, furchtbare Dinger. So, Geburtstagskerzen. Oh, hallo Lea. Du bist jetzt eine Erwachsene. Wie ist das so, hm, wenn man erwachsen ist? Kind eins haben wir gewuppt, würde ich sagen. Julia, du brauchst keine Hausaufgaben mehr machen. Du darfst dir erst deine ganz normalen Anti-Sachen anziehen, weil du mal so komisch aussiehst. Und dann, darfst du älter werden, Mama, liebe Julia. Kerzen auspusten. Okay, und Julia hat eine zwei und eine sechste. Okay, Genießerin, Musikliebhaberin und Bücherwurm. Das ist doch schön. Und auch der Julia wurde von dem Viktor ein Geschenk geschickt. So, wunderschön. Nun ist Julia erwachsen. Die nächsten Kerzen brennen. Wer dachten heute noch? Ivo durfte heute älter werden, ne? Ja. Äh, Kerzen auspusten. Oh, los, Ivo. Oh mein Gott, Ivo wird älter. Oh, Ivo. Oh, Oh, Ich freu mich. Okay. Eine, okay. Oh Gott. Okay. Und, sarkastisch. Okay, Ivo. Oh, Ivo. Ivo. Oh Gott. Oh, Ivo. Oh, Ivo. Oh Gott, Ivo, du bist ja so süß. Oh, Ivo. Oh, Ivo. Okay. Und dann darf Dahlia sich selbst geburtssetzt, Kerze zu gucken. Erstmal ein Foto machen. Oh Gott, Ivo. Du bist so knorke. Oh, Mia, du kannst stolz sein. Zwei sind weg. Oh, Ivo. Ivo war es auch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Liebe Dahlia, du darfst auch älter werden. Los. Und, pusten. Ma, visa. Oh, visa Augenvertreter. Pusten. Pusten. Dahlia möchte eine Staatsfahnen werden. Sie ist ein Geek. Und, okay, und, dut, dut, dut. Pusten. Das sind die perfekten Eigenschaften. Und ihre Haare sind weg. Wenn wir gleich die beiden raus haben, müssen wir eigentlich. Oh, wie war es? Nein, wie war es? Wir waren uns gut getreffend. Dahlia, was sind deine Haare? Du hast etwas Buggyes zu tun. Dann darfst du auch den Kuchen essen. Kuchen essen, ein Stück nehmen. Ja, aber. Wow. So. Ach, ihr seid so süß. Oh Gott, Ivo, ich liebe dich. Er ist eine Katze. Ivo ist eine Katze. Jolene arbeitet noch an ihrem Projekt. Jolene möchte nämlich sobald es geht, verwachsen werden. Polingo. Was haben die denn? Verantwortlich und wir waren ein glückliches Kleinkind. Das ist doch schön. Auch verantwortlich. Das ist doch schön. Guck mal, mir, du hast sogar etwas Gutes an deine Kinder weitergegeben. Du darfst jetzt einmal das sauber machen. Auffall. Und es ist Zeit zum Ausziehen. Lea darf ausziehen und die Julia darf ausziehen. Ich glaube, die beiden Mädchen werden hier glücklich sein. Ähm, in der Stadt. Und wir sind sogar drei. Eins von Pfeffer, zwei von Pfeffer. Nur von zwei von Pfeffer. Ähm, zwei von Pfeffer. Und dann, zwei von Pfeffer. Ähm, zwei von Pfeffer. Ähm, zwei von Pfeffer. Und die kann man sich dann einziehen und dann mit den einziehen. Hier. Ja gut. Dann zieht ihr beide zusammen so ein. Und mobiliert zieht ihr ein. So. Und dann wohnt ihr da. Sehr schön. Jetzt sind es auch nur noch acht. Und jetzt traue ich mich auf jeden Fall in den CRS zu gehen, ohne dass ich Angst habe, dass sie verschwinden. Und jetzt kriegen die beiden endlich auch mal Haare. So. Ich habe jetzt alle bearbeitet. Und die sind teilweise richtig süß, die Kinder von der Mia. Teilweise auch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Und wenn wir uns dann wiedersehen, mal gucken, wie es bei unseren Sims läuft. das sind ja jetzt weniger. Aber es sollte ein bisschen entspannter sein. Und sobald Jolien, Ivo oder Dahlia ausziehen, dann kann Mia auch endlich wieder schwanger werden. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, dude. Tschüssi, dude.